Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu Genesis Alpha One. Wir haben letztes Mal hier noch einen neuen Kollegen geklont. Oh, das ist mein Handy. Ähm, so, und tschüss. Ähm, erstmal wieder an die Maus, die ist nämlich hier sehr flink in dem Spiel. Wieder gewöhnen. Und... Genau, ich hatte letztes Mal das Spiel beendet. Warum auch immer, war hier, konnte man keinen neuen Klon machen. In Bearbeitung, obwohl er fertig war. Weiß gar nicht mehr, wofür ich den haben wollte, den zweiten. Ah, ja, mir fällt's gerade ein. Mir fällt's gerade ein. Einen wollten wir fürs Depot noch machen, der ist ja gestorben. Willkommen zur Schiffbildungsinterface. Hier bilden wir unser Schiff. Normal. Modules können auch dekonstruiert werden, wenn du nicht mit ihrem Schiff beendet bist. Oder wenn du andere Reasons haben, um sie zu zerstören. Ah, diese Scheißviecher auf dem Schiff wenden, die hier rüberkommen, werden auch immer größer. Habt ihr ja letztes Mal gesehen. Boah, wo war ich denn? Wo muss ich denn hier hin? Io-Tank, Treibhaus. Ich bin gerade... Ah, planlos. Ach, ich bin komplett falsch gerannt. Komplett falsch. Da ist die Brücke. Ich weiß nicht, ob wir schon gesprungen sind. Och, ey. Ich bin gerade echt planlos im Weltall. Sind wir schon im neuen System? Ja, genau. Fahr hoch. Frame. Was immer Frame ist. Platin, Kupfer. Ah, hier war kein Aluminium, ne? Doch da, Aluminium. So, ich glaube, hier ist kein Mitarbeiter mehr, der... Oh, ich weiß noch was. Ach, du Scheiße. Alter. Ey, warum ist die Maus so scheiße? Stimmt, hier wollten wir einen hinballern. Und zusätzlich kriegt der noch hier ein, zwei Gatlingans als Unterstützung. Ich verteidige hier den Punkt. Einmal hier die Treppe und dann einmal... Es ist wirklich unbewohnt, die Maus. Wir sind aber fast tot, sehe ich gerade. Ähm. Noch kurz zur Brücke. Ja, wenn hier nicht so geile Ressourcen wären, wäre ich schon längst weg, glaube ich. Alter. Fuck you. New Captain promoted. Oh. Oh. Geht runter wahrscheinlich, pass auf. Alte Pest. Der hat das Schutzschild weggekindusbart hier. Wir brauchen mehr Schutzschilde. Und wir brauchen einen neuen Klon für, ja, Geschosse. Ich weiß gar nicht, was für welche Waffen, warte mal. Minigun. Normale Patronen. Munition, Geschosse. Ach, das war Schrotz, scheiße. Kann ich nicht abbrechen? Patronen wollte ich haben. Ich helfe dir mal. Du machst das schon, ne? So, achso, haben wir jetzt Geschützturm. Barriere. Oh, da habe ich aber ein paar gebaut. Das war ja fleißig. Unbedingt setze ich hier noch zwei Barrieren. Machen wir gleich hier. Na. Einmal gleich hier. Scheiß Viecher. So. Von der Crew leben noch alle, ne? Von der Landungscrew, sage ich mal. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Scheiße, aber auf die Pflanze. Ich will das Kupfer haben. Hier kriegen wir Lithium. Den Schrott müssen wir uns holen. Platin. Und da Aluminium. Achtung, wir gehen erstmal dahin, zuerst Aluminium haben. Bewaffnet euch, ey. Uh, das wird ein Kampf, ey. Das wird ein Kampf. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Biomasse, um mehr Klone zu rekrutieren. Einmal ein Stück Kaffee. Los geht's. So, die Zeit der Pistole ist vorbei. Was ist das hier? Aluminium. Was habt ihr hier? Oh. Ja, ich will einmal Aluminium haben. Wow. Ich seh sie nicht. Wo habt ihr sie? Ich seh nichts. Schießen. Schießen. Boah, ich seh sie nicht in diesem Kacklicht. Können wir mal schnell hier alles abbauen? Abhauen? 44 habe ich noch. Ich muss mich selbst mal heilen. Jetzt kommen auch noch kleine Viecher. Habt ihr irgendwo Aluminium hier? Ah, sie kommen wieder. Wir können alle. Okay, jetzt holen wir mal ab. Hallo, Mutterschiff. 10, 9, 1, 8, 7, 7, 6, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0. Schade. Ey, meine Waffe ist auch schon wieder fast leer. Oh. Haben wir aliens dabei? So, aber ich kann echt aufmunitionieren. Das ist ja der Hammer. So, eins tauschen wir mal gegen die... gegen das Lasergewehr. Okay. Dann gehen wir mal eine Runde Klon. Hier brauchen wir noch mehr Leute. Klon und Labor. So, ich glaube, Namen geben wir jetzt erstmal nicht. Die krepieren mir zu schnell. Okay. Kann ich diese Maus-Empfindlichkeit irgendwie... Muss ich wohl allgemein mal eine Maus ändern, ne? Kamera-Geschwindigkeit. Vielleicht das verringern. Da kannst du ja gar nicht zielen. Das ändert irgendwie nichts. Naja. Haben wir. Haben wir geklont. Jetzt geht er raus. Ich dachte, das ist eine Frau. Ich wollte eine Frau haben. Hm. Produktion in Bearbeitung. Achso, dann musst du den noch nicht fertig machen. Ne, ist immer noch in Bearbeitung. Achso, da kommt schon die nächste Person. Das war noch ein Kerl. Ah. Greenwood. Hi. Fantastisch. Können wir jetzt noch einen Klon? Biosphäre unzureichend. Ah ja. Das war das eine Problem. Biosphäre. Wir müssen da nämlich mal eine Person hinpacken. Hier ist doch wieder einer. Abwehr gekillt. Super. Die Gatlinggans machen sich echt hier bezahlt. So. Biosphäre. Das heißt, ich muss da wieder raus. Genau. Hier raus. Dann rechts. Rechts. Gerade zu. Ins Treibhaus. Wir haben ja jemanden übernommen aus dem Treibhaus. Das heißt, wir packen einen rein. Du kannst doch mal pflanzen. Ich kenne Yari nicht. Was ist Yari? Ja. Nen fahren. Das sind irgendwelche andere Pflanzen. Sie sehen zwar nett aus, aber... Machen wir lieber das hier. So, und wir gehen jetzt auf den nächsten Planeten. Oh, ne, ist die Pro... Entschuldigung. Falsch abgewogen. Was sagt denn das Lager überhaupt noch? Lager sagt, wir haben Platz. Okay. Wie viel... Ach, Aluminium haben wir da immer noch drei Stück. Die brauchen wir ja auch, glaube ich. Hilft nix. Noch mal runter. Entschuldigung, wir gehen gegen das Mikro gekommen. 4, 3, 2, 1, 0, launch sequence activate. Weil ich hätte gerne langsam mal eine vierte Person, die noch mit runterkommt. So, nehmen wir mal hier das Lasergewehr. Boah, blendet mich das. Was haben wir hier? Salpeter. Brauche ich nicht. Platin kann man mitnehmen. Ich weiß noch nicht wofür, aber man kann es jetzt irgendwie verkaufen. Hat der, glaube ich, eine Wertigkeit von 5 gehabt oder so. Aluminium. Da kommen sie schon wieder. Na los. What? Fuck you. Die sind ja voll stark, die ja... Okay, wir sind Gronkh. Ich sehe die kacklich nicht. Alter, fick dich, man. Ja, komm, wir hauen ab. Los, Mathilde, nicht sterben. Fuck, ich habe nicht drauf gedrückt. Scheiße. Nein. Das ist einfach zu hart für mich. Scheiße. Fuck you, ich bin vergiftet, Mann. Alter Schwede. Fickt euch. So, jetzt haben wir jetzt zwei Leute verloren. Ich brauche einen neuen Montro. Schüttel, 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 Schüttel. Er ist zart, ey. Die verrecken ja... Wir verrecken hier unten wie nichts anderes, ey. Montro 3.0. Wird's noch besser. So. Dann brauchen wir auch eine Mathilde 2.0. Und dann brauchen wir auch eine Mathilde 2.0. 1.0. Ah, okay. Ja. Ich sehe das manchmal mit den ganzen hellen Hintergründen nicht, was da los ist. Mathilde 2.0. Watt. Komm, zwei. Ah, bald doch die zwei. Können wir gleich noch einen machen? Was ist denn gerade? Ist da gerade ein bisschen noch ein Elginhaus? Ich nenne dich jetzt Hilde. Wilde, Hilde. Passt das? Wilde, Hilde. Ey, warum, man kriegst du das eh nicht dran. Zu wenig Buchstaben, die man sich auswählen kann, ne? Mal zusammengeschrieben. Wilde, Hilde. So. Dann haben wir ein bisschen was geklont. Können wir... Machen wir jetzt genug Aluminium. Genau, fünf. Das heißt, wir können ein neues Treibhaus bauen. Können wir sichere Verbindungen bauen? Können wir noch nicht. Dann baue ich erst mal zwei Korridore. Weil es gibt noch so Wege, da kriegen Aliens automatisch Schaden, wenn sie da lang laufen. Und hoffentlich entdecken wir die nochmal. Dann haben wir ein neues Treibhaus. Und wir haben noch genug Energie. Wunderbar. Ne, Klonlabor waren wir ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Werkstätten, wo wir auch mal hängen müssen. Scheiße. Bin ich ja genau richtig wieder. Das sind große Viecher. So, wir brauchen jetzt eine Person. Warte, wir brauchen zwei Personen wieder im Hangar. Oder ich nutze hier alle drei. Ne, ich nutze zwei. Und eine Person, die dann mit mir hier gleich Sachen hochbeamt, kommt dann hierher. Was haben wir denn hier? Lithium können wir gebrauchen. Eisen. Eisen nehme ich jetzt nicht alles. Wir machen jetzt mal ein... Hier Lithium. Da haben wir noch Platin. Da haben wir auch noch Aluminium und Platin. Neue Materials haben wir gebraucht. Fangen wir mit Lithium an. So, ich hoffe nichts Großes. Weil das Lithium brauchen wir ja für die, ähm... Schutzgitter da. Oder Schutzschilde, wie immer die heißen. Gut. Gut, wie viele haben wir überhaupt die? Im Allgemeinen? Zehn. Ja, die brauchen wir. Oh, die habe ich hier gar nicht gesehen. Oh. Gott sei Dank gibt es hier Gatling-Geschütztürme. Alter Schwede. Röntgenstrahlgewehr. Feuer hat radioaktive Fragmente mit hoher Taktfrequenz. Ja, da müssen wir mal gucken, wie toll die Waffe ist. Ich hoffe, dass man die Waffen noch verbessern kann, so dass sie mir schaden. Oh, wie viele haben wir noch? Zwei. Ich guck mal, ob wir doch vielleicht woanders hinfliegen. Wegen Aluminium, das wir vielleicht gleich... Hat nichts da gelassen. So eine Sackkarte. War der Letzte, ne? Gut, dann... Hat er dann einen Pilz hinterlassen, die Fotze. Gucken wir hier unten auch nochmal wegen Pilz. Hier ist nix. Dann gehen wir mal zur Raffinerie rüber. Wenn hier irgendwas anfängt, sich auszubereiten, dann kann man ja gleich mal durch... durchweg hier überall durchgehen. Bei der Raffinerie ist nix. Doch, da. Wollten wir mal gucken, wie die Nachbarsysteme aussehen. Da ist auch gerade so eine giftige Wolke gewesen. Was war das denn schon wieder? Ich hab doch letztes Mal hier eine gehabt. Da hab ich doch gesagt, die folgen uns. Das ist das Problem. Wir werden verfolgt. Kann es sein, dass die es noch schwerer machen? Aluminium. Noch mehr Aluminium. Eisen. Aluminium. Okay, der ist echt kritisch. Den lassen wir mal. Aber hier. Fahr hoch, Fahr hoch. Ist das kritisch? Ey, wenn jetzt schon die Sachen, die hoch sind, schon schwer sind. Was sollen denn die Sachen erst, wenn die kritisch sind? Aber wir haben jetzt nur noch diesen einen. Dann gucken wir da, was da für ein Fundort ist. Dann hauen die ab. Und mal gucken, ob diese Freemviecher oder was das ist, ob die uns verfolgen. So, Feuer aufmunitionieren. Wettlingern braucht auch Munition. Oh. Dann hat sich noch keiner verwandelt. Ich glaube, das ist ja auch nicht normal. Oder? Okay. Scheint doch normal zu sein. Oh nein. Ich fahr grad in der Decke, ey. Parasiten. Ah, da sind sie auch wieder. Nein! Wo kommen die auf alle einmal her? Ja! Was ist das? Ey, man braucht hier echt so einen Kammerjäger. Wenn die ganze Zeit rumläuft und alles reinigt. Aber jetzt habe ich hier eine Person wieder beim Beam verloren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer lebt und wer stirbt. Das ist gerade echt ätzend. Greenwood haben wir hier. Montreux 3.0. Und Mathilde. Die wilde Hilde ist gestorben. Gut. Die sind ein Planeten noch, dann hauen wir hier ab. Pachan. Kaffee ist auch fast alle. So. Hier kommen einfach so große Viecher. Wir müssen weg, ey. So, ich erkunde, ihr macht, was ihr wollt. Ultra-Ressourcen. Ist denn hier was? Dieses scheiß hohe Gras, da siehst du ja nichts. Das ist doof. Ich habe Angst, dass meine Leute das nicht alleine nicht können. Alter. Okay. Kronke ist tot. Scheiße. Scheiße, muss ich mich wieder heilen. Ach du Scheiße. Schutzschild oder was? Wollt ihr mich verarschen? Da kommen ja immer mehr. Jo, wir sind weg. Komm. Wir hauen ab. Was ist mit dem Schiff? Alter. Weg, weg, weg. Wir hauen ab aus dem System. Das gibt es ja nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Was schießt ihr denn? Was ist das? Was war das? Einfach so ein radioaktiver, verfickter Nebel oder was? So, ich bin jetzt Mathilde, Greenwood und Montro erlebt. Geh mal aus dem Weg, Mann. Der war auch schon dran. Alter, wir müssen weg. Geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg. Hauen wir ab hier. Ich würde schon fast sagen, dass wir uns zurückfliegen, aber... Mal gucken, ob dieser Nebel uns verfolgt. Noch nicht. Noch ist er da. Flieg mal weiter. Gefahr niedrig. Ah, das klingt nach Musik in meinen Haaren. Gucken wir erst mal wieder klar, ey. Ja, super. Aber auch echt der letzte Scheiß, weil hier überall Sonnenstürme sind. Asteroiden und was weiß ich nicht alles. Dann scannen wir mal eine Runde. Damit wir uns zumindest erst mal hier wieder irgendwie ein paar Klone holen können oder so. Und in Ruhe mal langsam aufrüsten. Irgendwie brauchen wir dickere Waffen. Kunden wir jetzt schon die Nachbarsysteme oder haben wir jetzt das eine System jetzt fertig? Ja, die anderen interessieren mich erst mal nicht. Lithium. Eisen. Start vom Traktorstahl niedrig. Ach, das ist gut. Kann ich die Leute erst mal einzeln runter schicken. Bevor wir dann ins... Oh, nächstes System wieder springen. Access granted. Huh. Oh, wir sind auch wieder halb tot gewesen. Huh, huh, huh. So, ich muss gerade gucken. Warte mal. Brücke, Klonenlabor ist rechts. Heldenkräfte, nichts. Mal was erforschen, wäre eigentlich auch mal was, aber... Klonenlabor ist noch nicht fertig, Mensch. Klonenlabor ist noch nicht fertig, Mensch. So schnell wir uns die Leute verrecken, kommen wir gar nicht hinterher. Klonenlabor ist noch nicht fertig. Ist raus da. Geh nach Hause. Los. Geh. Deine Position, Moa. Los, los, los. Aber wie viele Personen haben wir mittlerweile? Sieben von zehn. Irgendwie waren wir vorher auch schon sieben, ne? Bevor wir alle hier verreckt sind. Na raus, da kommt gleich die nächste. Machen wir die Butze mal voll hier mit Klonen. Gut, ich klone erstmal ein bisschen weiter. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch mal gerne eine Nachricht. Ein Like oder ein Abo, würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kloning, done. Da. Ja. Das Klonen Male.